Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Last Of Us. Wir befinden uns in einem Music Store in irgendeiner unbekannten Stadt, wo wir auf der Suche nach einem alten Bekannten von Joel namens Billy sind. Aber vorher haben wir hier erstmal eine, wie es aussieht, zerrissene Notiz gefunden. Die nehmen wir mal an uns. Perimeter Notiz, was das auch immer ist. Schauen wir uns die mal an. Hm, eine kleine Notiz. Vergrößern. Lesen. Die verdammten Infizierten tauchen zu oft viel zu nah beim Unterstopf an der Kirche auf. Anscheinend muss sich die Perimeter Schwachstellen mal wieder ausräumen. Was auch immer die Perimeter Schwachstellen sind. Und hat etwa Billy das geschrieben. Und hier sind erst noch mal ein paar Komponente, sehr schön. Also ist unser nächstes Ziel höchstwahrscheinlich die Kirche, vermute ich mal. Aber Billy soll ja hier angeblich ganz alleine leben. Nach dem zu urteilen, was Joel hier bis jetzt alles gesehen hat. Also war auch dieser Weg hier nur optional. Oh Manni, das ist echt rarig. Was denn? Diese Musik, die hier herum steht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ach, das kannst du ja auch sagen. Ich weiß nicht, ich finde es schrecklich. Und keine Lady Gaga Musik. Na gut, wir müssen mal weiter. Durchs Fenster hier vielleicht. Das war eine Falle. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Faden da noch gesehen. Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht drauf gehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Gut, also müssen wir uns auch noch hier nach Fallen umsehen. Also hier habe ich schon gesehen, die Falle. Oh, hier liegt noch ein bisschen Aluhol und ein paar Lumpen rum. Wunderbar. Die habe ich schon noch gesehen, aber trotzdem unheimlich erschreckt, als der Klicker da auf einmal angerannt kam. Meine Fresse. Kommen wir da rein? Können wir, aber wir warten noch mal kurz und schauen uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht liegt hier noch irgendwas Brauchbares für uns. Da ist noch eine Falle. Können wir die vielleicht irgendwie... Oh, was haben wir denn da? Sind das Bolzen? Geil, das sind Pfeile. Oh, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Oh, der Bill, der scheint ein Sicherheitsfanatiker zu sein, aber kann auch nicht schaden. Bei diesen schweren Zeiten eine Leiter, die wir höchstwahrscheinlich auch noch brauchen werden. Oh, das schien nur ein Wanner zu sein. Noch nicht so lange infiziert. Aber bevor wir die Leiter holen, da wird es wahrscheinlich weitergehen, will ich doch mal kurz einen Blick in dieses Gebäude werfen. Ich hoffe, das ist auch keine Falle. Ah, jetzt müssen wir das Messer wieder verschwenden, okay? Oh Mann, du musst mir zeigen, wie das geht. Das bedeutet, dass wir hier wieder ein bisschen extra Munition und allerlei Zeugs, Lumpen, Schere, Alkohol und sonst was finden. Was haben wir hier? 25 Teile. Wow. Nur noch die Lernpunkte fehlen, das wäre nett, wenn wir hier noch welche finden würden. Da, 10 Stück, wunderbar. Noch mal 5 Stück. Und wir hatten beim letzten Mal ja auch schon welche gefunden. Vielleicht reicht das jetzt gleich aus? Ich schaue sofort, um meinen gewünschten Skill da zu erlernen. Mehr gibt es hier anscheinend nicht, dann gehen wir wieder raus. So, dann gucken wir mal eben. Das müsste eigentlich reichen. Genau reicht das. 75 Punkte und die investieren wir jetzt in den Messermeister. Bedrückt halten. Da gibt es sogar noch eine zweite Stufe. Gut, jetzt haben wir keine Fähigkeitspunkte mehr, aber ich denke, das war es wert. Jetzt brauchen wir 100 für die nächste Stufe. Messer mit voller Haltbarkeit, zerbrechen nicht. Oh, wie geil ist das denn? Beim Befreien aus einem Klickergriff. Ach, okay. Die verbrauchen sich auch bei einer Verteidigung dann. Aber wenn wir den Skill dann benutzen, eben nicht mehr. Das ist ja auch natürlich sehr cool. Aber gut, jetzt fangen wir erstmal wieder bei Null an. Mit unseren Fähigkeitspunkten. Aber ich hoffe, das war es wert. So, können wir diese Falle irgendwie... Siehst du den Draht? Berühr dich, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Ach, okay. So, wir können uns auch durchducken. Aber was sollen wir dann mit der Leiter hier dann noch machen? Die muss ja auch für irgendwas gut sein. Für da zum Beispiel. Oder geht es da dann weiter? Hm. Ne, ich gucke erstmal da unter dem Draht hindurch. Ducken wir uns mal. So. Ich hoffe mal, das hier ist optional. Sieht so aus. Genau, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Neben dem Music Store. Okay, dann kommt doch... Gibt es doch nur noch einen Weg, den wir weitergehen können. So, jetzt vorsichtig einmal ducken. Immer schön den Kopf unten halten. So. Dann benutzen wir jetzt mal diese Leiter, um da den Laster vermutlich hochzukommen. So, sehr schön machst du das, Joel. Einmal bitte hier. Was sollst du hier hinlegen? Mensch, Joel, was tust du da? Oh, soll mir die doch nicht da platzieren? Ach, ich muss immer erst warten, bis das Symbol dann angezeigt wird. Nein! Sollst du die platzieren. Und so, und jetzt sollst du da hoch, Junge. Dankeschön. Manchmal ein bisschen umständlich, aber gut. Was haben wir denn hier? Noch ein Pfeil. Und wir haben einen Bogen. Aber den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich muss, glaube ich, irgendwas dafür liegen lassen, oder? Ja, ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen. Als Absicherung. Vergiss es. Ist doch eigentlich eine gute Idee von der guten Ellie, ihr mal eine Waffe zu geben. So, das Brett lassen wir natürlich da, oder? Können wir uns hier noch eben umschauen. Ja, machen wir auch, denke ich. Kurz bergab. Hups und hops. Denn hier ist bestimmt auch noch was versteckt. Haben wir denn jetzt irgendwas liegen gelassen? Ich glaube, wir haben unser Gewehr dafür liegen gelassen. Mann, Joel, du Idiot. Da hättest du auch lieber mal ihr den Bogen geben können. So hätten wir das Gewehr noch behalten können. Aber nein. Du hast ja deinen eigenen Dickkopf. Dann mach es halt so. Und hier ist wirklich gar nichts versteckt. Da bin ich ja schon fast ein bisschen enttäuscht. Ja, hier hätte man doch echt gut was platzieren können. Na gut, dann eben nicht. Den Weg sind wir umsonst gegangen. Nicht kostenlos, sondern umsonst. Ja, da gibt es einen Unterschied, meine Freunde. Wow, was ist denn jetzt los mit dem Stick? Auch wieder wegen der Taschenlampe. Warum habe ich die eigentlich an? Wir haben doch noch Tageslicht. Und Gott sei Dank geht die Sonne anscheinend nicht in Echtzeit unter. Sonst wäre es schon längst dunkel gewesen. Oh, das ist unser Schatten. Aber das finde ich wirklich sehr, sehr geil gemacht. Diese ganzen Effekte hier in diesem Spiel. Auch der Sonneffekt. Oh, wir sind geblendet. Na ja. Da geht es nicht durch. Ähm, joa. Dann müssen wir hier wahrscheinlich irgendwo runter, oder? Oder auch nicht. Wo müssen wir hier denn weiter? Können wir das Brett mitnehmen? Ja, ich vermute schon fast darauf, wie wir das hinauslaufen. Hier, das hier können wir nehmen. Genau. Jetzt platziere das da mal drauf. Also langsam verstehe ich das System. Wie wir hier weiterkommen. So, jetzt kannst du das Brett wieder hochziehen. Und das Gewehr scheint da hinten auch nicht mehr zu liegen. Das ist einfach weg. Finde ich hier voll nicht fair. So, dann bauen wir uns hier mal wieder eine kleine Leiter, würde ich sagen. Nein, du sollst das nicht hinlegen. Joel, du musst manchmal auch ein bisschen mitdenken. So. Jetzt bitte platzieren. Und dann können wir hier drüber balancieren. Äh, die kommt. Wo? Da kommt sie aber angerannt. Und sie balanciert zumindest mal wirklich. Nicht so wie Joel, der einfach drüber rennt. Ich habe ihn gerade noch so gesehen. Jetzt kann ich den Bogen. Probieren wir das Baby mal aus. Mit dem Bogen zielen. L1 halten, um den Bogen zu spannen. Je länger du hältst, desto mehr Spannung baut sie auf. Drücke R1, um den Pfeil abzuschießen. Sehr cool. Ich bin ja ein großer Fan von Bögen. Aber wie kann ich denn, äh, entspannen. Also nicht entspannen, sondern den Bogen, den Pfeil wieder loslassen. Na gut, jetzt müssen wir ihn halt mal attackieren. Head charge. Okay. Aber das macht Ihnen anzeichen nicht so viel aus. Was denn los? Den Pistonschoß habe ich jetzt noch gerne verwendet. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das reden. Alter, du sitzt da unten. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er, er ist nicht gerade nett zufremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit. Mit dir warm zu werden. Okay? Okay. Kleiner Grafikpark hier mit dem Pfeil. Leider können wir die anscheinend nicht mehr aufnehmen und wiederverwenden. Aber gut. Haben wir zumindest auch mal das Pfeilschießen, Bogen schießen gesehen. Was haben wir hier? Gesundheit. Aber ist bei uns voll. Echt? Oh. Scheint echt voll zu sein. Wir nehmen uns für voll. Ah, hier geht's hoch. Augen auf. Dann geht es auch irgendwie immer weiter. Wie im wahren Leben. So, was haben wir denn hier? Während meine Stimme gerade wieder ein bisschen abkratzt. Das habe ich in letzter Zeit irgendwie immer häufiger. Was ist denn da los? Ich habe meine Grippephase, sorry, eigentlich schon hinter mir. Und normalerweise habe ich immer maximal, äh, geht nach unten, maximal pro Jahr eine Grippe. Und die habe ich schon Anfang des Jahres eigentlich hinter mir gehabt. Oh Mann, oh Mann. So, hier müssen wir uns wieder ducken. Und erst mal umschauen, dass hier nichts Böses lauert. Oder am Laster was drin? Nö, außer ein paar abgenutzte Reifen. Ja. Ich höre nichts. Oh, das war ein Scheiß. Sagt bloß ein Klicker. Ich mag keine... Oh, ich dachte gerade, Ellie wäre ein Klicker. Nein, so schlimm sieht sie dann noch nicht aus. Wir haben nur noch ein Pfeil zur Verfügung. Und nur noch vier Pfeil. Oh, ich habe den Draht im allerletzten Moment gesehen. Das ist ja echt fies. Können wir den irgendwie... abmachen oder so? Hm, also da kommen wir ansonsten keinesfalls durch. Vielleicht können wir da einen Klicker... Das wäre natürlich eine Idee, wenn hier irgend so ein blödes Vieh kommt. Dass wir eine Flasche dann da drüber werfen und den so da... anlocken. Vielleicht ist das sogar so gedacht. Das wäre natürlich cool. Oder können wir so eine Flasche dagegen werfen. Das will ich jetzt auch mal eben probieren. Müsste ja theoretisch... eigentlich funktionieren. Okay, zurück, zurück! Das ist sogar so gedacht. Nur treffen müsste man dann halt noch. Scheiße, jetzt habe ich nur noch eine, zwei Flaschen haben wir da noch. Probieren wir es noch mal. Das ist bestimmt wieder optionaler Mist. Mist nicht, aber... schöne optionale Sache. Genau so war das gedacht. Die Dinger sind ja der Hammer. So, könnte man es auch machen. So, was haben wir denn hier? Hier ist doch bestimmt optionales Zeug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier weiter geht. Ah, Pistole! Wunderbar. Ein bisschen Munition. Uuuh. Wie seht ihr denn aus? Der lag ja wohl auch schon ein bisschen länger. Aber ich glaube, ich habe da gerade noch ein Draht gesehen. Jo, habe ich. Siehst du? Zurück. Habe ich da noch irgendwas? Ein Ziegelstein? Ellie, zurück! Hör doch auf, was der Joel sagt. Sag mir doch, geh zurück. Pass auf! Ja, komm. Oder geht es hier tatsächlich weiter? Aber das ist immer das Blöde. Man will ja nichts optionales verpassen. Aber man weiß nie, ob man jetzt den richtigen Weg geht. Dann gucken wir ja erstmal hier rein. Ich bin in meiner Nähe. Auch wenn hier schon so viele Dialoge sind, dann vermute ich schon fast, dass es hier weiter geht. Noch mehr Munition. Wunderbar. Jetzt werden wir hier gerade damit voll gebombt. Gut, aber bevor ich diese Tür aufmache, gehe ich doch nochmal eben schnell zurück. Sorry, Leute. Das scheint mir dann doch hier irgendwie weiter zu gehen, oder? Können wir jetzt nicht durchgucken, ob da noch irgendwas ist. Was ist das denn? Selbst Papier fliegt hier durch die Luft. So viel Details. So, dann gucken wir doch mal uns hier nochmal kurz um. Oder geht es doch hier wiederum weiter? Und die Flaschen scheinen auch zu respawnen. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es dort, wo wir gerade waren, weiter geht. Und ich höre ein Klopfen von da drin. Sag mal nach. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition wir mit dem Revolver mit uns tragen können. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, da reinzugehen. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Ich weiß ja nicht. Und ich weiß auch nicht, wo es weitergeht. Verdammte Axt. Wollen wir uns erstmal hier umschauen? Da sieht's. Na komm, dann laufen wir doch nochmal da lang, oder? Ja, komm. Auch wenn's mit der Gefahr, oder wenn da die Gefahr herrscht, dass es dort weitergeht, sind wir zumindest der Gefahr da dort drinnen entgangen. Aber ich glaube, hier ist doch eher optional, oder? Okay, oder auch nicht. Und wir hängen grad kopfüber, und da wirkt mir auch ein bisschen übel. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Ohne Ellie wären wir jetzt schon ein bisschen aufgeschmissen. Na, selbst die Perspektive, in der wir uns hier gerade befinden, richtig geil gemacht. Komm, ich höre was. Scheiße, sie kommen! Wo, wo, ich seh sie nicht. Alter. Also in dieser Perspektive ist das. Muss ich gedrückt halten, oder? Ich hab keine Ahnung, ob ich jetzt die Viereckkasse grad gedrückt halten soll, oder darauf loszmashen. Aber sie ist einfach verpisslich, klar. Verpisslich. Sind hier noch mehr? Da ist noch einer. Die Passage finde ich auch richtig cool, auch wenn das gerade alles andere einfach ist. Und jetzt die Viereck drücken, ich märsche drauf ein. F***. So, Hedgehog. Und da ist jetzt auch noch einer. Und den scheiß Viecher, nee. Das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Warum muss auch so ein blöder Klicker kommen? Und hätte doch erstmal die andere Tür abchecken sollen. So verpisslich. Was nach? In der Zeit, wo keine da sind. Alter, wie viel halten die denn aus? Das wird nicht gut sein. Ja, nee. Verpissst du. Verpiss ich. Und da ist der Klicker. Alter, und du. Du bist mir gerade voll auf den Sack. Soll ich noch weniger Zeug, den Klicker auszuschalten, das wird nicht mehr. Alter. Jetzt müssen wir sogar nachladen. So, auf den Kopf. Nein. Ach, Alter. Scheißen Dreck, ey. Das ist auch schwierig, in dieser Situation zu zielen. Ach, gut, dass wir nochmal nachgeladen haben, bevor wir... Alter. Ich fährt auch gar nichts. Alter, jetzt hau ihn ja auf die Lampe. Alter, ich. Und der... Und der... Nicht der Rückschlag, sondern die Rotation beim zielen, die ist auch ganz schön extrem. Also ich glaube, ich würde es nicht mehr in diesem Leben schaffen, den Klicker da gleich noch auszuschalten. So, Hedgehard, weg mit dir. Schnell nachladen, wo ist der? Das war noch nicht der Klicker, aber der kommt bestimmt gleich. Oh, ich zurück bin verrückt auf die Vierklasse. Ich hoffe, ich ziehe, beziehungsweise treffe gar nichts. Da kommt der. Alter, wieso jetzt nachladen? Hedgehardt. Ja. Um Gottes Willen. Du bist bereit, Ellie. Halt durch! Alter, weiter. Ich möchte nicht nur heute noch hier hängen. Scheiße! Alles okay! Was machst du da? Los, du schaffst es! Okay. Hier, Munition! Nein! Sag bloß, da kommt noch eine Ladung. So nett ich die Passage hier gerade finde, da kann ich wirklich auch verzichten. Na, na. Verpfiff dich von hier. Arschloch. Alter. Alter, ich treffe auch gar nichts hier. Alter, der muss auch totem noch nachladen. Komm, Eckart. Oh, alter. Ficker, verpfiff dich. Endlich. Meine Fresse. Der liegt ja immer noch. Alter, wie oft muss der denn nachladen? Sag mal. Das ging ja mal schnell. Und endlich wieder auf den Boden der Tat. Und uah. Alter, Gott, hab ich sie verhaftet. blöder, Wana. Noch mal richtig flischen hier. Das ist auch ne Fakt. Bewegt deinen Arsch und steh auf! Danke. Ja, dann machen wir mal, was der gute Bild anscheinend sagt. Ja, Scheiße! Oh, du guter Schütze scheint er auch zu sein. Besser als ich zumindest. Schnell nachladen. Lauf, Rally! Leute, hinter uns! Ich bin hier gerade von allen bombardiert und ich weiß nicht, was ich hier mache. Hilfe! Das wird wieder nicht gut ausgehen. Ich sehe es schon kommen. Also du sollst ihn nicht schlagen. Also und jetzt kommt noch ein Ticker und ich weiß nicht, wo ich bin. Und wir werden alle sterben. Mach die Tür zu. Alter, Alter. Schnell weiter. Jetzt ist mir nichts sicher. Bill, sie kommen durch die Tür! Komm, hau mich kaputt! Zurück! Zurück! Ja, nicht so Bock. Schon bringt nichts. Ah, Leute. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich weiß noch nicht, was ich machen muss. Leute, wir hauen jetzt einfach ab hier. Wieso muss ich eigentlich den Clicker erledigen? Müssen wir den überhaupt erledigen? Einen Clicker zu boxen ist ineffektiv. Das weiß ich mittlerweile. Blöder Clicker, echt. Ach, der lebt noch. Oh nein! Alter, Hilfe! Hilfe! Ich brauche eigentlich direkt mal ein Medikit schlucken. N-z-z zu mir, nicht schlucken. Okay, die Fiat kann man noch mit den Fäusten irgendwie besiegen. Okay, na los, wir sind fast da, mira! Los, Ali, schnell! Ich schlafe ja, ich schlafe ja! Na los! Ich glaube, jetzt sind wir erst mal safe. Komm gut! Und geh auf die See! Jetzt mach schon! Jetzt... Mach mal lang! Wurdest du gebissen? Nein! Irgendein Ausschau! Nein, verdammt, ich bin sauber! Wenn du auch nur zuckst! Verdammt nochmal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus! Löst alle Fallen aus! Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm! Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an! Wir sind hier, weil du Joel was schuldest! Also mach sofort diese Dinge ab! Ich schulde Joel was! Soll das ein Scherz sein? Okay! Machen wir's kurz! Ich brauch ein Auto! Oh! Es ist ein Scherz! Joel braucht ein Auto! Tja! Wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist! Warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar Joel! Kein Thema! Nimm es doch! Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist! Na so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon! Pass mal auf, du kleines Mist! Nein, pass du auf! Du hast mir Handschellen! Du jetzt mal den Mund! Okay! Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein! Ehrlich gesagt Bill, doch kann es! Na ist auch egal, weil ich keins habe, das fährt! Aber es gibt eins in der Stadt! Teile! Es gibt Teile in der Stadt! Das heißt, du könntest eins zusammenbauen! Okay! Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür! Es ist auf der anderen Seite der Stadt! Du hilfst mir, es zu holen! Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das fährt! Aber danach schulde ich dir nichts mehr! Ist mir recht! In ein paar Tagen sind wir so oder so tot! Gut! Kommt mit! Die ganze verdammte Stadt ist vermint! Bleib schön dicht hinter mir! Oh, echt verlockend! Schluss jetzt! Okay! Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach! Okay, danke! Ellie, sieh dich mal um! Vielleicht tun wir was gebrauchen! Na, klar doch! Na, die Ellie ist auch so eine kleine Zicke anscheinend! Und der Billy, ein echt netter Zeitgenosse, wie es aussieht! Gut! Der hat sich aber recht schnell noch überzeugen können, dass wir jetzt einfach mal nachteilen suchen, um ein Auto zusammenzubauen! Was geht denn da? Aber wie auch immer! Ich hoffe mal und denke mal, an dieser Stelle wurde ein Save gesetzt! Und das ist der optimale Zeitpunkt für einen Cut und einen Aufnahme-Session-Stop! Und deswegen begeben wir uns beim nächsten Mal dann auf die Suche nach den Teilen, um ein Auto zusammen zu flicken und weiter zu fahren in die nächste Stadt, wo sie wahrscheinlich Tommy aufhalten wird! Aber ob wir dabei erfolgreich sein werden, sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play the last of us!